Hier, also die Echo Dots, zwei Generationen, das haben wir hier noch, und hier irgendwie plexen die sich hier immer mal wieder ab vom Wohnzimmer und Schlafzimmer. Seitdem versteht die sehr, sehr gut, muss ich sagen, aber ich habe auch verschiedene Generationen hier an. Ja, muss ich mal gucken, vielleicht ist ja auch einfach wirklich Staub in die Mikrofon oder sowas reingekommen, ich habe es ja jetzt schon ein paar Jahre. Ja, das muss ich mal probieren, da geht die im Wohnzimmer, habe ich schon mal öfters vom Sporen gehabt, vielleicht dann irgendwie mal was anderes.